Musik Sie sind nicht die einzigen, die sich für diese Ländereien interessieren. Euer schlimmster Gegner ist ein Keeper namens Nemesis. Er hat viele kleinere Keeper in seinen Dienst gezwungen. Ihr müsst all diese Verräter eliminieren, um das Königreich für euch selbst zu beanspruchen. Da hat sich zum Beispiel Keeper Dante vorgewagt, mit einer Invasion von Graf Titus Land in der Grafschaft Drachental. Und im Bernsteinreich hat Keeper Gormagon den Baron Sigmund angegriffen. Ich bin sicher, schon bald wird Nemesis uns angreifen. Wir müssen stark sein. Ich weiß gar nicht, hat man da gemeint. Rittergut Süßwassertal. Dieses Land wird von dem tapferen Ritter Eisenhelm bewacht. Ja, wo ist denn jetzt das komische Schlepp? Indem ihr das Schloss frontal angreift, verhindert ihr das Ritter-Eisenhelm. Wie eine Ratte, die das sinkende Schiff verlässt, hat der Ritter Eisenhelm seinen Fluchtweg schon vorher geplant. Indem ihr das Schloss frontal angreift, verhindert ihr das Ritter-Eisenhelm mit dem Bord. Wie eine Ratte, die das sinkende Schiff verlässt, hat der Ritter-Eisenhelm. Ja, nur ein paar Angriff, nicht? Indem ihr das Schloss frontal angreift, verhindert ihr das Ritter-Eisenhelm mit dem Portaljuwel fliehen kann. Aber zügelt euren Blutturst. Die Tore einzurennen, ist vielleicht nicht der schlaueste Weg, die Burg zu nehmen. Ja. Jetzt geht's endlich mal los hier. Ritter Eisenhelm, Schloss wird von euren Geschöpfen belagert. Sie kämpfen nach euren Vorgaben. Wir erwarten begierig das grausige Ergebnis. Die Festung ist stark befestigt. Eine eurer Kämpferinnen ragt aus der Masse heraus. Die eiserne Jungfrau mit ihren Sensen gleichen Klingen. Doch setzt sie mit Bedacht ein, denn sie stirbt so leicht, wie sie tötet. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. Folterkammer. Kerlker. Eine Barrikade wurde in eurer Werkstatt gebaut. Barrikade. Angstfalle. Akklimatisieren, ne? Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt mal hier noch so ein Ding hin. Und der Angstfalle. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier so wenig erwartet, aber... Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ein schwaches Heldenwesen ist in der Folterkammer gestorben. Heilt die Folteropfer, wenn ihr könnt, um ihr Leiden zu verlängern und ihnen Zeit zu geben, sich eurer Sache anzuschließen. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Eure Hand des Bösen kann diesen Zauber dazu verwenden, um die Wunden und Narben und Knochenbrüche der Krieger zu heilen, die in den Schlachten zu euren Ehren verletzt worden sind. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Na ja, baut mal, baut mal, baut mal, baut mal, baut mal, baut mal. Wahrscheinlich ein feste Baum. Baum, 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 baum. Oh, guck mal, wir können den geränten Dämonen beschwören. Kali und Kados. Was natürlich so viel Sinn macht, hier mit den... Können wir hier Brücke rüberbauen? Raus, gut. Wenn wir jetzt einfach mal voll geil sind, bauen wir das hier auch noch in der... Hup! Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden oder nicht mehr ganz begriffen, was das bringt, ne? Auf meine Trainingshalte hier. Ah, alle Fälle sind drin. Euer Wachraum wird angegriffen. Rol! Die Barrikade. Eine Mauer aus Stacheln, die bei Gegnern, die hier durchbrechen wollen, schwere Schäden anrichten und den Vormarsch hemmen. Wir haben erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Wer kommt denn jetzt zur Hühnerfarm? Kommen alle zur Hühnerfarm. Ja, aber hier musst du schon einstellen, ne? Ja, guck mal! Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, ist das hübsch, so macht das mir Spaß. Ist das eigentlich dieses Spezialland, was ich da jetzt habe, oder ist das hier Originalstorien? Erfolg? Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhöhnt. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Okay, das Ganze hier unten. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Einwandfrei, Alter. Ja, das ist ein Schlafen, aber da haben wir halt die Opfer eh doch gar zusammen, ne? Das ist wurschtes. Gibi, ihr könnt noch reingehen. Alter. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ein Dieb wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Das ist ein Fieber. Das ist ein Fieber. Ich kann mal mit dem einfach mal dagegen kommen, oder? Oh, da kann man selber mal durch. Oh, fein. Das ist ein Fieber. Zack. Ja, ha, ha. Da kommt man mit dem in die Gegend, ne? So, ich kann die Map aufstecken und so weiter. Okay. Okay. Ah. Ach. Hier geht's schon. Das ist gar nichts. Zack. Jetzt kommt einer auf die Schnauze. Alter. Was? Ups. Ja. Okay. Bei der hinten ist das schon mal eher so ähnliche Afterfalle, ne? Ja gut, bis der kommt. Ostern, Alter. So was von Ostern, ne? Oh, Gold. So war's. Bei dem verhassten Wesen, hier. Dipp. So schäf, warum keiner zu sein hieb. Guck mal. Nix machen. Nix. Nix. Und? Guck mal. Guck mal. So eine dingliche Fälle, ne? Und wenn du das nicht fällig bist, ne? Oh, ist Zeit hakt. Da kann man eigentlich dann nur wieder... Oh, bloß eins gerät, ne? Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Es ist Zahltagen. Ich glaube jetzt eigentlich mal nicht, dass die hinten irgendwie so... Ähm, Heldenportal ist... Ja, man weiß auch nicht mehr. Ich brauche mal einen hier. Naja, man weiß ja nie wann mal wo irgendwelche Freaks angreifen, ne? Also Kulikanonen hat es ja damals auch noch immer gegeben, ne? So in Tatschikima 1-Zeiten. Und da kommt jetzt nicht wieder mein Skelett zum Einsatz. Oh, da muss man jetzt richtig hier... Ja, man kann das halt mit Symbiose auch irgendwas machen, ne? Aber es macht ja nichts. Macht ja echt Spaß. Im Gegenteil werden sie die Weizte, weil die Symbiose eigentlich überhaupt nicht so mein Fairfield zaubern. Ja. Oh, das ist doch hier. Im Dio, Svaktoria! Jetzt müssen wir das eben machen können. Und dann schauen wir mal hier. Jetzt müssen wir mal ein wenig schneller, hey. Wo bin ich denn? Gold gibt's denn? Zack. Nächste Goldader, zack. Immer schön zum Gold hin. Ja, da ist der Plan. Hier kommt jetzt der Karkone hin. Oah, da ist der Plan. Oh, da ist der Plan. Da ist der Plan. Was ist da los? Oah, 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 oah. Oah, oah. Wie ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Meine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Euer Wachwahn wird angegriffen. Ich habe zu geschärft. Das hätte ich schon wieder gebraucht. Ich auch. Welche ich dich ripped um. Ich habe mich. Ich habe sie nicht gespürt. Wir können weg, die wechseln. Wir haben da einen Schreiner at. InSTEAD bleibt es ein Schreiner. Ich habe dieses Schreiner-Nicherung. Wir kommen noch. Es ist nicht gut. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Euer Dungeon hat kein Portal, also geht vorsichtig mit den Kämpfern, wie ihr Haupt. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ist nicht zu klein, wenn wir uns trainieren bloß zu wenig. Lange wird hier einer bauen. Muss nicht schon wieder hier die vom Start. Ich muss einfach mal das Schmachy einsammeln, damit ich Skelette bekomme. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Naja. Müsst ihr jetzt langsam mal ausliefern, das Zeug auch, ne? Und man kann ja vielleicht einfach auch mal trainieren. Das macht zwar gar keinen Sinn, aber... Ich weiß noch nicht, der Kapstall. Ich weiß noch nicht, der Kapstall. Ich glaube, irgendwann hätte es nicht passieren, oder? Ich weiß noch nicht. Alter, geht mir halt jetzt hier aufs Sack. Wir blitzen die Fresse. Blitz, 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 blitz. Und dann in Galaria zwei neue Beine. Die Amstfall. Ein Geschöpf ist in eurem Gerga gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ja, Gott sei Dank. Die neue Säge macht man hier an ihm wieder auf. Schön, dass ich hier die Gefangenen abholen habe. Ein Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Genau, hier, Angstfalle, Angstfalle, Kanone, 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 Kanone. Ein Geschöpf ist in eurem Gerga gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Dann machen wir mit bei uns, ne? Kommt die hier hin. Kommt die hier hin. Ein Garten. Ah, okay. Ich habe zu viel Geld. Ich habe zu viel Geld, aber im richtigen Relay machen wir es auch noch nicht. Es ist Saaltag. Da zeige ich euch gleich mal, was ich neulich meinte mit... Nee, die muss weg. D&D Na, pro erfolgreich geblünderten Boden ist er immerhin. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder aufgestanden. Ja, so ist es doch hübsch. Wir haben Angst über ihn erschossen. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ibius Vadoria Ja, Impi-Boy, meinst du, das wäre jetzt netzend feuer, wenn du einfach... Jeden Tag kann ich selbe Durchpolisat im ersten Teil nicht geben. Das sind wir gar nicht erst anhanden, meiner Meinung nach. Aber, okay... Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Ups, das habe ich jetzt falsch gemacht, ne? Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eure Geschöpfe sind in der Minderzahl. Sehr ärgerlich, denn in diesem Reich gibt es kein Portal. Daher seid ihr in Gefahr, es sei denn, ihr findet einen cleveren Weg, eure Truppe zu vergrößern. Ja, das ist Schimmerkeule, Alter. Ich geh erst noch da. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Wahrscheinlich macht die Verteidiger kaputt. Da ist alles gefahren, verband das andere Skelette, scheiß doch drauf ob man die jetzt bekehrt oder nicht, gibt doch eh kein Sinn, weh, wir sind ja verhassten, äh, Gegendentor, ja Wayne, ja ja, Ja ... Die Hasenreue eigentlich nie, weil wir ein Paar für Englagerkrieg erstellen sind. Jetzt wird er gleich unsere Kumpels geworden. Wir werden jetzt gar nicht so schlippen. Wir fangen mal erst da hinten an. Das ist kaputt. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Was hängt jetzt hier langsam oder was? Euer Kerker wird angegriffen. Oh! Da, da, da. Du hast ihn noch. Wir sind hier. Wir gehen. Wir gehen. Ja, wir sind hier. Ja, wir haben wir eine Kumpelskuss. Bravo. Die Kumpel ist so schlussig, das ist kaputt. Das ist kaputt. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ja, ich denke das. Ich glaube aber hier eigentlich mal, wenn ich das gebe. Und das will ich nicht so gut sagen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Eine Angstfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja, dann macht doch mal hier langsam. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Eure Schatzkammer ist zu klein. Die Schatzkammer ist irgendwie immer zu klein. Ich verstehe gar nicht warum. Das könnte ja im wirklichen Leben auch mal so sein. So nach dem Motto, euer Konto ist zu klein. Jetzt sind wir die Idee. Oh, da ist das noch nicht tragisch. Echt, da müsste ich früher nicht Symbiose arbeiten. Aber ich hänge mich draus, ne? Ja, löscht doch, ne? Ja, löscht doch, ne? Ja, löscht doch, ne? Oh, das ist ein leichter, ne? Das ist ein Bad Neck. Das ist eine Outroad-Strategie. Es ist Zahltag. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Oh Alter, da brauche ich die Schatzkammer ausrichten. Das gibt es ja mal gar nicht. Was ist das für ein Schatz? Für ein Zauber? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Tolle Wurst, ne? Wir haben die gegnerische Schatzkammer erobert. Oh, der ist ja level 6, ne? Oh, der ist ja level 6, ne? Oh, der ist ja level 6, ne? Ein Tipp, ein Heldentor, das von euren Ländereien umgeben ist, ist für eure Feinde wertlos. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Faktiv Bezier. Untertitelung des ZDF für von Nürnberg. Waren Sie sich tot? Waren Sie so, eine junge Frau. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Ja, das ist doch schon mal was. Da gibt es auch noch mal einen Haufen. Oh, da hört die Pappen langsam auf. Das ist die Koppel so lange überlegen. Wir haben auch schon richtig hart dabei. Wer ist der Fürst hier? Fürst Hans Kopp. Guck mal, Max. Wer macht die Tür kaputt? Irgendeine Tür oder so rein kaputt? Etwas nicht so vernötig oder was? Was ist da los? Die Imps laufen irgendwo da hinten rum, kommen sie aber nicht mehr zurück. Kriegt ja Verstärkung. So ist es ja nicht mehr. Jaaaa. Hallo, das ist ja mal die scheiß Tür hier noch aufgeräten. Da hat man jetzt nicht so Lust drauf, ne? Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ihr habt eine gegnerische Brücke. Ihr habt einen gegnerischen Trainingsraum erobert. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Jaaa. Gibt es jetzt überall Dief oder was? Ein Wächter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Naja, auch die Insekten immer überall rumgammeln müssen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Ein Wächter. 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 Ein Wettel. Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal, wer da guckt! 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 Ich, ihnen aber so kalt und tödlich wie Gift. Ritter Eisenhelm war ziemlich überwältigt, als sie ihn erwischt haben. Ein höchst erfreulicher Sieg. Man berichtete mir, dass unser Rivale aus dem